Ich lade gern mir Gäste ein, man lebt bei mir recht fein. Man unterhält sich, wie man macht, oft bis zum hellen Tag. Zwar, man lebt mich stets dabei, was man auch treibt und spricht. Jedes, was mir ans Wild steht frei, dass ich mein Gäste nicht. Und seh ich, es saniert sich jemand hier bei mir. So pack ich ihn, kann ich ihn jetzt, werf ihn ihn aus zur Tür. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tu? Warum ich das denn tu? Siehst mal bei mir, so sieht er, schon pass auf du. Siehst mal bei mir, so sieht er, schon pass auf du. Von Berlin Mö index Vielen Dank.